Sie lieben günstigste Preise? Bedanken Sie sich bei den versklavten Kindern, die für Sie an der Elfenbeinküste Kakaobohnen pflücken. Eine Tafel Schokolade, nur 89 Cent. Dank der Plantagenarbeiter in Brasilien, die für Sie auf ihre Arbeitsrechte verzichten, kostet das Kilogramm Orangen heute nur 99 Cent. Was ist denn los? Das ist nicht fair! Ich klau nicht! Ich zahl nur an die Richtigen! 1649, direkt an die Produzentinnen!